Hallo und herzlich willkommen bei unserer Buchtipps. Heute möchte ich euch den neuen Roman von Lucie Flappe vorstellen, Jenseits von Wut. Eddie Belitz hat keine Wahl. Von ihrem Mann auf die Straße gesetzt, muss sie zurück zur Bochumer Polizei. Mit einem Ermittlungseinsatz in meinem Mordfall hat sie aber nicht gerechnet. Die Arbeitssuchende Ronja Bleier ist brutal erschlagen worden. Eddie hat nur diese eine Chance. Authentisch und fesselnd. Die prämierte Autorin startet ihre neue Trilogie. Jenseits von Wut erschien bei Grafit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017